Ne darf man nicht oder? Ja doch darf man, aber man kann sich halt nicht voll shoppen also die können damit eigentlich nix anfangen Ich will jetzt gleich beim Bananenfeld Kann mir mal bitte jemand sagen wie viel die Versicherung für den LKW ist mit Planer? Marco habt ihr den Truck wieder gefunden? Ne ist nicht Bananenfeld, ich werde vielleicht vergessen Wir verfolgen ihn seit gefühlt 20 Minuten Ist der beim Chop Chop? Der ist doch in Kavala Ja in der Nähe wo wir grad spielen Ja natürlich ist er da, aber die wollen ihn nicht zurückgeben und die sind zu fünft oder zu sechst oder so Ja in der Safe Zone, einfach könnt ihr ihn rausziehen und einsteigen Lukio Ja, der Besitzer will ihn jetzt freikaufen für 2 Millionen WTF für 2 Millionen? Was für ein A-German bitte Ey wie viel kostet denn das? Wir reden seit 20 Minuten drüber Wie viel ist die Versicherung für den? Der Seven ist der Ischen Der ist um 1 Der ist um 1 Ach komm ey Ja Ja Ja